Hi, in diesem Video zeige ich meine Top 10 Lieblingsspiele. Mario Kart Wii. Ein spektakuläres und coole Spiel. Ah ja, ich kann mich erinnern, wo ich immer gewonnen habe, gegen meine Cousine. Und es hat richtig viel Spaß gemacht, also es ist absolut empfehlenswert und spiel's mal selber. Oh ja, und ich hatte immer Glück, dass ich nie von einem Stachelpanzer getroffen wurde. Obwohl Tia, ja, laut den Fans, sehr schlimm ist. Aber ich kann nur sagen, ich hatte das Problem zum Glück nicht, sondern meine Cousine und da bin ich froh drum. Pokémon Gelb. Ah, war das eine schöne Zeit, wo ich ein Game Boy hatte. Und früher hasste ich sogar Pokémon, das war sogar Zufall. Und dann habe ich das einfach gespielt. Ich wusste nicht mal, dass ich dieses Spiel hatte, aber mir hat es irgendwie Spaß gemacht. Deswegen Platz 9 für Pokémon Gelb. Mario Kart 8. Ein großartiges und schönes Mario Kart. Und da kann ich nur zustimmen. Denn die Entwickler haben fast ihr ganzes Budget da rein gehämmert. Und das hat sich gelohnt, auch wenn es nicht so gut verkauft wurde. Aber es war gut. Auch wenn es ein Pod bekommen hat, den niemand braucht. Aller ehrlich, niemand braucht den Pod. Aber es war ein sehr tolles und schönes Spiel. Und deswegen Platz 8 für Mario Kart Wii. Pokémon Smarag. Einer der besten Pokémon Spiele der Welt. Ich finde Pokémon Smarag ein gutes Spiel, denn ich kann mich noch erinnern, wo ich mit Gekobor und Gardevoir die ganze Bude abgeräumt habe. Anders gesagt, die ganze Top 4 besiegt habe. Und ja, mein Team war auch eigentlich stark mit Tobias, Panzer, Aeron. Ja, aber also bestanden kann man nicht. Lalalala, Bubble. Und der Jump, Vasily, in Pokémon Smarag, war auch stark. Endlich kommen wir zu diesem Spiel, wo ich immer gefehlt habe und mit meiner Cousine gespielt habe. Es war eine tolle Zeit und New Super Mario Bros. Wii ist so ein grandioses Spiel. Der Endboss Bowser, kein Wunder, war eine neue Idee. Und dass man weggehen muss. Das war die Beta-Version von Splatoon Endboss. Das war einfach grandios. Es gibt auch viele Hacks und ich spiele dieses Spiel noch heute. Ein gutes Spiel. Platz 5 jetzt. Platz 5 ist gleichzeitig auch ein trauriger Zack, denn mit meiner anderen Cousine, irgendwie sage ich immer Cousine, habe ich Mario Party 5 gespielt. Heute haben wir auch keinen Kontakt. Sie ist irgendwie mit 14 schwanger geworden. Von mir. Spaß. Nein, Spaß. Also es hat Spaß gemacht, mit ihr immer Mario Party 5 gespielt zu haben. Und jetzt kommt der nächste Part. Ich würde lügen, wenn ich sage, Eveli ist nicht einer meiner Lieblings-Pokémon. Denn Eveli ist sehr süß und ich, da kann man nur sagen, dass ich Pokémon Let's Go Eveli auch mag. Und allerdings, man kann mit seinem Skill die Pokémon fangen und die Pokémon laufen hinterher. Wie geil ist das denn? Endlich, 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 ich habe so lange gewartet auf diesen Platz. Splatoon. Und zwar ist Splatoon so ein gutes Spiel, ein neues Franchise. Das ist sehr neu und es ist so gehypt. Und ein Shooter sogar. Nice. Die Smash Bros. Reihe. Also, Smash Bros. Ball habe ich glaube ich am meisten gesuchtet. Ich meine, ich und meine Cousine haben immer, ja, ein Main-Duell gemacht. Machen wir. Sogar seit heute. Und ich gewinne immer mit Kirby. Sie benutzt Samus, ich liebe Kirby. Ja, und ich späme immer entweder den Hammer oder den Stein. Und es macht immer so Spaß. Und die Grafik sieht gut aus. Lol. Lol. Ich sehe dieses Spiel als bestes Spiel aller Zeiten. Dieses Spiel ist einfach das Beste. Denn ich bin damit aufgewachsen. Hab das immer gespielt. Ich liebe dieses Spiel. Und es wird immer auf die Eins bleiben. New Super Mario Bros. DS. Ein absolutes, gutes Spiel. Absolut empfiehenswert. Gut gemacht.